Bhagavad-Gita, erstes Kapitel, Vers 12 Daraufhin blies Bhishma, der große, heldenhafte Anheer der Kuro-Dynastie, der Großvater der Kämpfer, sehr laut sein Muschelhorn. Es dröhnte wie das Gebrüll eines Löwen und erfüllte Duryodhana mit Freude. Erklärung Der Anherr der Kuro-Dynastie konnte erkennen, was im Herzen seines Enkels Duryodhana vorging, und aus natürlichem Mitgefühl für ihn versuchte er ihn zu ermutigen, indem er sein Muschelhorn sehr laut ertönen ließ. Dies war seiner Position angemessen, die der eines Löwen glich. Indirekt jedoch gab er seinem niedergeschlagenen Enkel, durch die Symbolik des Muschelhorns zu verstehen, dass für ihn in der Schlacht keine Aussicht auf Sieg bestehe, da sich der höchste Herr, Shri Krishna, auf der anderen Seite befinde. Aber dennoch war es seine Pflicht, den Kampf anzuführen, und er würde dabei keine Mühen scheuen. Das ist die Tür, die da aus der Schlacht. Das ist die Tür, die Sieg bestehen Untertitelung des ZDF, 2020